Hallo liebe Leute zu Gun Game. Ich spiele das jetzt auf Heavy War und ich habe es schon häufig gespielt, aber noch nie aufgenommen, beziehungsweise schon sehr häufig aufgenommen, aber immer verkackt. Ich werde auch mal gleich schauen, ob sich das eigentlich ändert, wenn ich jetzt... Nein, renn mir nicht! Oh, weg. Nein, oh! Wow, nein! Glück gehabt. Moment. Ich weiß noch nicht, ob sich das ändert, wenn ich jetzt die Framezahl ändere. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, ein Grund, warum ich immer verkacke, dass ich mit Fraps halt nur 30 Frams per Second habe und dann irgendwie nicht so gut damit klarkomme. Ich spiele auch nicht so gechillt und so. So, Steinschwert. Und ja, deswegen versuche ich jetzt einfach mal in Gun Game hier die Hunde irgendwie zu rocken, wie man so schön sagt. So, Eisenschwert. Nein! Der hat ja auch ein Eisenschwert, oder? So, Dier-Schwert. Gleich habe ich Bogen, das wird schwer. So, da haben wir noch einen. Komm. Der hat eine Dier-Rüstung, das ist natürlich heftig. Kleiner Scherz. Wow, nein! Ach, schade. Okay. Wow, nein! Ah, komm! Wolfsrudel! Scheiße. Neulich hat einer gesagt, meine Wölfe sind schöner als die von Suprime. Ich glaube, das stimmt. Nein. Das waren aber auch irgendwelche, die Suprime halt nicht mochten. Ach, verdammt. Okay. Im Getrubel ist es schwer, mit dem Bogen jemanden zu töten. Und demnach laufe ich jetzt hier hoch und hoffe jetzt, einen Wolf abzuschlachten. Schlachten! Nein! 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 Okay, Wolf, Wolf, du bist tot. Aber sowas von. Ey. Wehe, ihr Scheißwölfe. Scheißwölfe. Und vor allem nicht immer Süße, so wie meiner. Sondern so Suprime-Wölfe. Die sind zwar auch süß, aber es sind halt Suprime-Wölfe. Und deswegen sind sie nicht bei meinem Rudel. Und deswegen töten sie mich alle. Und deswegen finde ich das voll asozial. Und deswegen muss der jetzt auch sterben. So, die erschwert. Und jetzt, wo ist der andere hier? So. Komm, Bogen. Und jetzt Level 6 werden. Level 7 werden und gewinnen. Komm. Und... Ah, komm. Ich kann den letzten nicht schützen, weil... Weil ich... Weil ich nächste Level werden will. Komm. Ah. So. Jawohl. Schneebälle. Schneebälle. Geil. Geil. Okay. Ähm. Ha. Hier schreibt gerade einer Scheißwölfe. Oh, Mann. Jawohl. 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 Komm. Komm. Nein! Ja, ich hab gewonnen. Ich hab meine erste Aufnahme gewonnen. Geil, Leute. Geil. Okay. Dann, äh, häng ich vielleicht noch ne Aufnahme hinten dran. Bis gleich. Tschüss. Hallo, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu Gun Game. Ähm. Bei dem Versuch zu sterben. In etwa so. Ähm. Die letzte Runde lief ja richtig geil. Ich hab gewonnen. Und bin damit überglücklich. Könnte man sagen. Komm. Einfach mal hier einen. Irgendeinen werde ich doch jetzt wohl töten können. Na. Nein, natürlich. Na, klar. Die da hinten haben schon Eisenschwert. Das wird wieder witzig. Das noch zu reißen. Oh, wow, wow. Der hat mich nach oben gepusht. Asozial. Sowas. Und jetzt kommt... Der Welpensteinschwert. Der Welpensteinschwert. So. Alter. Was wollt ihr überhaupt alle? Ah. Alle asozial. Diese ganzen Wölfe. Überall Wölfe. Schlimm. Ist so Prime auf dem Server? Oder was ist da los? Meine Güte. Meine Fresse sind das viele Wölfe. Ich glaub, die machen alle Team. Wow, wow, wow. Irgendwie krieg ich gerade alle Kills gestealt. Ich hacke aber auch gerade nur drauf rum. Das muss man auch mal sagen. So. Komm. Du bist tot. Du auch. Wo ist er denn? Da. So. Und jetzt muss ich mich aber auch mal langsam hocharbeiten. Gehen wir mal darüber. Wolf. Ah. Ah. Na. Ich töte dich. Komm. Komm. Ja. Ja. Er muss raus. Ah. Verdammt. Er ist entwischt. Und dann kommt einer mit Diaschwert. Den möchte ich jetzt irgendwie nicht. Ah. Wow. Der hat schon Angel. Der hat schon Angel. Ne. Ich wollte ihn töten. Aber das Spiel ist noch gar nicht zu Ende. Das ist auch ganz geil. So. Diaschwert. Jetzt mit dem Diaschwert einen Kehl in den Bogen kriegen. Und dann das Game doch noch rulen. Es ist schon einer Level 7. Aber mit ein bisschen Erfolg. Komm. Da ist der mit Level 7. Alle auf den. Ah. Jawoll. Den auf Level 7 aufgehalten. Komm. Nein. Eistee 1, 2, 3 ist Level. Oh. Den kenne ich. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn ich mich jetzt nicht total täusche. Kenne ich den. Oh. Nein. 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 Du stirbst. Du stirbst. Wow. Mit einem Herz. Oh. Schade. Okay. Ähm. Gehen wir nochmal hier rüber. Komm. Ah. Äh. Äh. Komm. Triff doch. Triff doch. Nein. Nein. Du tötest mich nicht mit deinem Scheiß Schnee. Wer kam eigentlich da von hinten? Kam einer ganz fest von hinten. Hm. Du mit deinen Schneebellen kannst mich eh nicht töten. Ach. Scheiße. So. 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 Nein. Nein. Wow. Ha. Wow. Nein. Jetzt hat er die Angel. Ach. Leck mich. Und er hat. Eistie. 1, 2, 3 hat gewonnen. Glückwunsch an dich. Ähm. Ich würde sagen. Das war zumindest eine halbwegs vernünftige Runde mit einmal Level 6. Ich würde sagen. Das waren zwei Runden. Die man auf jeden Fall hochladen kann. Ähm. Ich würde sagen. Bis gleich. Und. Ich würde sagen. Ich sage zu oft. Ich würde sagen. Also dann. Ciao. Hallo liebe Leute. Und herzlich willkommen zu Mind War. Ähm. Das ist jetzt meine Aufnahme von Mind War. Eben habe ich Gun Game gespielt. Alles auf dem heavywar.net-Server natürlich. Ähm. Ich muss euch dringend mal die IP in die Beschreibung packen. Ihr könnt aber auch über einen ganz normalen Mind War Server drauf joinen. Das wäre dann eu1.uf-mindwar.com. Und ähm. Ich fliege mal hier so ein bisschen rum, glaube ich. Ui. Damit ihr die Lobby mal von oben seht. Das ist jetzt total secret und so. Okay. Ähm. Dwarf Stronghold. Auch interessant. Und ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Das ist natürlich ärgerlich. Ähm. Ich muss dringend mal vielleicht so eine kleine Montage machen von Dwarf Stronghold oder so. Ich meine, das ist ja hier meine Map. Ja. Ich finde sie eigentlich gar nicht schlecht geworden. War. Wie gesagt. So aus Funma gebaut. So. Beziehungsweise. Bin ich wegen diesem Gebäude hier. Nach Gesmo gekommen. Ähm. Ja. Und Kong Crafter fand es episch. Aber ich glaube, er hat sich meinen Namen nicht gemerkt. Aber wenn er es episch fand, dann finde ich es cool. Finde ich nett, dass er es episch findet. Ja. Noch 18 Sekunden Warm-Up-Schutz. Dann geht die Mine-War-Runde los. Ähm. Bei dem ich mich auf die Gegner hechte und sie zerschlage. Ich weiß leider nicht, in welchem Team ich bin. Bin ich in dem sein? Nein. Das ist mein Mitspieler. Das heißt, wir gehen auf Gold. Und der springt in den See. Das heißt, ich springe auch in den See. Wow. Nein. Nope. Nope. Das ist nicht gut. Hahaha. Getroffen sogar, ey. Wow. Wow. Das ist aber auch mal. So. Ja. Jawoll. Was für ein Schuss. Der müsste fürs Intro, wenn ich jetzt ein Intro hätte. Wenn man jetzt den Fail danach nicht bedenkt. Okay. Das war eine kleine Konzentrationsphase. Es geht aber weiter im Text. Komm hier. Komm. Nein. Nein. Töte mich nicht. Nein. Ah. Blöder Typ. Danke für die Sachen. Ähm. Das ist der hier. Den wollte ich doch eben töten. Not LP. Not. Na. Komm. Es ist doch eine Ehre für dich von mir getötet zu werden. Ich bin Admin. Sei. Sei ehrfürchtig. Komm. Wieso kann ich den nicht schlagen? Nein. Und wo kommt der schon wieder her? Lass mich in Ruhe. Ach. Scheiße. Das ist Lager Gold. Nein. Da will sich bestimmt einer rächen. Nein. Ha. Haha. Oh. 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 Ah. Ein bisschen Glück treffe ich jetzt in Wasserstrahl. Und. Uff. Schoko Eis. Danke, dass du in meinem Team bist. Ach. Das ist ja ekelhaft. Das Wachstum der Lianen ist wieder an. Und jetzt sieht das nicht mehr so schön aus. Ich habe da nämlich diese Brücke hochgebaut. Weil Mojang meinte, man müsste auch irgendwie wieder hochkommen. Außer durch den Wasserstrahl. Und dann habe ich diese Brücke hochgebaut. Und dann. Ähm. Ja. Genau. Die ich jetzt auch mal nehmen werde. Auf der ich wahrscheinlich sterben werde. Also ich sehe es schon. So vor mir. Ich habe immer noch erst einen Kill. Das ist eigentlich ziemlich bitter. Muss man sagen. Ich habe eine KD von 0,5. Das ist absolut unterdurchschnittlich für mich. Aber allgemein. Ähm. Mein War läuft nicht mehr so gut. Ähm. Bei mir seit die Warpoints zurückgesetzt wurden. Ich glaube auch, dass wir uns da durch User verloren gehen. Also. Bei uns rede ich jetzt irgendwie von dem Team so ein bisschen. Bin ja wie schon erwähnt. Admin hier. Hm. Und der Tod war auch ein wunderbares Beispiel für auserkorenen Dummheit. Na. Ach. Übrigens. Dieser Hut hier. Den ihr Mann. Ich zeige es nochmal so. Na. So. Den hat mir Lego gemacht. Legostein77. Der ist auch im Team. Aber nicht als Moderator oder so. Sondern als Mapper. Auch ganz fleißig. Die Mapper. Und. Ja. Danke an ihn. Und. Äh. Und Architek da. Muss nicht sterben. Natürlich nicht. Aber der hier. Nice. Nice. Geil. Ich glaube. Ich spiele doch das nächste Mal wieder Gun Game. Weil in Mine War da war ich recht gut. Hatte 10.000 War Points. Aber jetzt läuft es irgendwie nicht mehr so richtig. Oh mein Gott. We had to reset the War Points in Mine War. Sorry. It will never happen again. Aha. Das heißt Benico. Oh Gott. Hat 53.000 War Points verloren. Und ich eben 5. Und damit immer noch rund 9.900 weniger als ich vorher hatte. Und die könnte ich mir jetzt zwar cheaten. Aber was wäre das denn? Ah. Zum einen bin ich jetzt schon wieder gestorben. Sodass ich jetzt meine KD endgültig am Arsch ist. Mit. Weiß nicht. Null Komma Periode 3. Aber wo sind überhaupt die anderen Lapiz Spieler? Bin ich jetzt echt der Einzige? Warte mal. Hä. Wo waren denn die anderen alle? Ich habe so richtig scheiße gespielt. Und wir haben trotzdem gewonnen. Ich habe nämlich demnach 15 Punkte gewonnen. In der Runde. Obwohl ich jetzt weiß nicht wie oft gestorben bin. Naja. Ich lade es jetzt einfach mal hoch als Failrunde. Und. Ja gut. Dann. Ähm. Sag ich danke fürs Zuschauen. Bis denne. Und tschüßen. Tschüss.